Das Sparhotel Majorna liegt in Göteborg in Südschweden. Die meisten Gäste des Sparhotel Majorna würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 75%. 13 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 13 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,4 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter. Untertitelung des ZDF, 2020